So, dann wird zum nächsten Mal gekündigt, starten wir jetzt mit der Frauenklasse bis 9 Tonnen. Genau, das habe ich vorbereitet, also die Frauenklasse bis 9 Tonnen und danach ist dann weiteres der Tag. So, dann wird das nächste Versuch, Maxim Meron aus Ruppel. Das ist 7,24 Euro, aus Zagern und 1,24 Euro. Das ist jetzt noch das Gerät, also der Hemd, und hat 240 PS. Dann müssen wir den Hänger des Seils, den Zugpunkt ein bisschen höher gehen, so dass der Schlepper den Transport vorne nicht hoch, oder nicht mehr so stark hoch sind kann. So sagen. Wollen die Damen ja auch nicht passen. Luft und Raum geben, das sieht doch ganz gut aus. Wird auf jeden Fall deutlich schwerer. Das ist doch das Schlepper. Das ist doch das Schlepper. Das ist doch das Schlepper. 66,41 E-Zug, würde ich sagen, geht neben mir so. 66,41, für die Stadt Nummer 881, Maxim Meron aus Ruppel. Das ist doch das Schlepper. Das ist doch das Schlepper. Ich gehe jetzt nochmal auf die andere Seite, da wo ich verloren habe. 70, 17. Heute wollen wir die Däden. 70. Ich sage mal 883. Ich bin da nach Gärten auf Lassbeet. 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 www.hansgrohe-ta.de Das Heiztäusch Das war ganz geschmeidig. Siehen wir über die Bahn. Von 70 Meter am Raumschon. Und 80 Bahnen wären nur für den Full Full. Wo werden Ihnen das reichen uns? Du hast den. Halt den allmähnen. All im Zeitung. Ach, das ist also wel ein bisschen. Und dann haben wir einen Ausführer. Dann geben wir den Sieg an. Das reinget auch schon sehr schön angehalten, das kostet uns natürlich auch mit der Frage Pull Pullen für den Start Nummer 1880. Das muss ich machen. Wir gucken mal, ob wir jetzt auch nach oben kommen. Nach Interventionen der Runde Wir gucken mal, ob wir denn ein Grad nehmen wollen. Das ist nur nochesteuer lead, aber es wird unter Rio in der Partie aufgeholfen. Wir wissen nicht, ob es hier die Frage ist, dass wir mit dem Runde ausgehen. und Achtung Mein Papi ist das von Ruhl. Das ist auch das Reichmarie sowie Kopsch aus Trittau. Ich glaube, 891. Wir sind bereit, wenn die Klette dran ist, was sei denn, dann kann sie losgehen. Das ist ein kleines Flugzeug, das ist ein kleines Flugzeug. Das ist ein kleines Flugzeug, genau, voll kochen. Kommen wir jetzt zum ersten Stecken. So, geht schon ein bisschen schwerer, wir wissen uns schon nach oben, 65,13 Meter, lauere richtig gut aus. Die Wärter nehmen wir auch, 65,13 Meter, bis dann nochmal 882 Meter. Vanessa Ademhaus, Schmackbrücke. Julia Bessel, der Nummer 888. Die Maschine läuft schon mal warm. Also von uns aus könnten wir los machen. Mal gucken. Und getoppt. 67,82. 67. Und die nächste Kandidatin, Silke Schwarz aus Ibern. Mit der Startnummer 890. Aufsiede Ibern voll Bull. Zum warmen werden. Und jetzt ist ein anderer Gang hier eingelegt. Das Gewicht läuft deutlich schneller nach oben. Nur dass wir eben eine Weite von, eine Bestweite von 67,82 hatten. Die vorgelegt worden ist. Die zu Top, die es zu Top geht. Ja, das geht schon schwer jetzt. 55,38 Meter. Sehr bestehend. Sehr bestehend. So. Sehr gut. 47,06. Neue Bestzeit. Bestweite. 47,06. Genau. So. So. Sehr gut. Sehr gut. Es ist jetzt der simpel, oder? Das das mit meiner, der ganze Männer Zeit ist 3,5 Minuten. Das darf man nicht vergessen. Das ist mein Schzustand, doch eigentlich. Aber so einfach. Das ist, wie du in einer ganzen Zeit und dann nochmal in der Zeit. Das darf man nicht vergessen. Ja, da sind normal. Mein Schuhrad. Aber so weiter. Ja. Römer und das war ganz klar. Ich glaube, es ist nirgends anders. Ich kann dabei sein, dass wir heute mal sagen. Ich gucke, dass wir das gleiche Zeit haben. Ich gucke, dass wir das gleiche Zeit haben. 53 05 39 3 53 Marie-Sophie Kortsch aus Trittau. Die Startnummer 891 unsere letzte Kandidatin hier im Ja, ähm, das mit dem Parken ist auch so eine Sache. Wir bräuchten mal ein bisschen Hilfe. Und zwar brauchen wir den Fahrer des Fahrzeugs UDI für Oldeslaw Vidi Willem 927 Oldeslaw Willem 927 Ein Skoda. Ich möchte bitte mal zu seinem Fahrzeug kommen. Ihr braucht mal meine Hilfe. Dankeschön. Oldeslaw W927 Bitte mal zu seinem Fahrzeug kommen auf dem Parkplatz. Jawohl. 74 92 4 und 1 1 1 1 1 1 4 4 4 5 5 4 5 5 5 6 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 Miriam Pfeiffer bittet zum Segen. 64,69. 64,69 für Timo Hansen aus Klinggrade mit der Startmahe 1.004. Nochmal ein Hinweis, Miriam Pfeiffer bitte einmal zum Regiewagen. Sie wird hier dringend benötigt. Miriam Pfeiffer bitte zum Regiewagen.